Am meisten Spaß macht mir eigentlich, dass ich auf der ganzen Welt Menschen treffe, in allen verschiedenen Ländern mit verschiedenen Kulturen zu tun habe und da immer wieder neue Erfahrungen mache. Dann ist das auch so im Vertrieb, da gibt es immer wieder neue Herausforderungen. Die Märkte verändern sich, die Kunden verändern sich, die Ansprüche verändern sich, die Technologie verändert sich und das ist eigentlich was ganz Tolles. Das dritte, was natürlich auch besonders im Vertrieb unmittelbar ist, ist, dass man Erfolge hat. Man verkauft etwas, man gewinnt ein Projekt. Das was mich am meisten motiviert, ist eigentlich, dass ich Probleme lösen kann. Die Probleme beim Kunden oder die Herausforderungen, die wir selber haben, es muss immer ein Problem gelöst werden. Das ist ständig Herausforderung und das macht kreativ, das regt zum Denken an, das regt zum Agieren an und das ist das, was mir Spaß macht. Was mir sehr viel gebracht hat, war der Aufenthalt, den meine Familie und ich in Amerika hatten. Dort hatten wir mit sehr vielen Kulturen zu tun. Meine Kollegen kamen aus vielen Ländern und das hat einfach geprägt für eine sehr offene Haltung gegenüber anderen Kulturen, anderen Menschen und das ist genau das, was mir heute als global agierender Vertriebsmanager wahnsinnig weiterhilft. Als allererstes junge Leute, die von der Universität kommen oder direkt von der Schule kommen, sie sollten offen sein für das, was da kommt. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass es sich wahnsinnig viel verändern wird in den Jahren, in denen du berufstätig bist und dass die Veränderung eigentlich das ist, dem du positiv gegenüberstehen musst. Das musst du aktiv nehmen und das musst du aktiv als Chance begreifen und nicht als Belastung.